Die Bezirksblätter Niederösterreich haben die Leser dazu aufgerufen, ihre persönlichen Fragen an die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner einzusenden. Die Einsender der besten und interessantesten Fragen wurden eingeladen, ihr Anliegen der Landeshauptfrau im Rahmen der Gipfelgespräche der Bezirksblätter persönlich zu überbringen. Am Nebestein stand dann die niederösterreichische Landeshauptfrau den Lesern eine Stunde zur Verfügung. Die Themen reichten von persönlichen Erfahrungen, von Langzeitarbeitslosigkeit über Anliegen zur täglichen Turnstunde und mehr Wertschätzung gegenüber dem Sport in unserem Land bis hin zu tagesaktuellen Themen wie der geplanten Waldviertelautobahn oder dem neuen Gesetz für den Wolfabschuss in Niederösterreich. Und uns geht nicht in den Kopf, warum man mitten zwischen der B37, 38 und der B4 mittendrin in der Landschaft eine Autobahn bauen will. Warum installiert der Gesetzgeber, zum Beispiel für Niederösterreich die niederösterreichische Landesregierung, keinen entsprechend dotierten Entschädigungsfonds, aus welchem natürlich auch nur nachweislich geschädigte Nutztierhalter eine angemessene Entschädigung für den Verlust eines Nutztieres erhalten? Die Landeshauptfrau gab zum Wolfsthema auch ihre persönliche Meinung ab und machte klar, dass sie weder von der Wiederansiedelung noch vom Vordringen des Wolfes in Richtung Wiener Speckgürtel viel hält. Die ersten Gipfelgespräche hier auf der Nebelsteinhütte sind vorbei. Was nehmen Sie mit? Wie haben Sie das Ganze empfunden? Für mich ist das gelebte Bürgernähe und gerade das Gipfelgespräch gibt uns die Möglichkeit, ganz neu am Bürger zu sein, vor allem die Sorgen und Anliegen direkt vor Ort zu diskutieren und vor allem auch zu beantworten und auch sofort Hilfestellung zu geben. Das heißt, eine gute Idee von den Bezirksblättern. Alle einzelnen Fragen und Antworten sowie die Gipfelgespräche in voller Länge finden Sie auf www.meinbezirk.at-gipfelgespräche.